Du bist und bliebst in Minasir, Victoria, mich her! Die Personalprobleme, die haben nicht so viele Möglichkeiten gehabt, auch nachzulegen, auch mit der Einwechslung. Aber trotzdem, diese Niederlage ist schon für mich sehr schmerzhaft, auch auf dieser Höhe. Die Favoritenrolle ist ja ganz klar verteilt, aber ich habe auch nicht gedacht, dass ich heute 6-0 hier verliere. Die Fornismus-Benz Untertitelung. BR 2018 Und heute war eigentlich alles wieder gut und es ist leider so, wir haben mit dieser Niederlage, glaube ich, gegen SDFC Köln schon ein bisschen was kaputt gemacht, was unser Image betrifft. Aber da müssen wir jetzt mühsam das wieder aufbauen und wichtig ist jetzt die Meisterschaftsspiele jetzt zu gewinnen und möglichst viele Spiele zu gewinnen und dann, dass wir auch in ruhiger Wasser kommen.